Hallo, willkommen zu einem neuen Format. In diesem werde ich eure Fragen beantworten, wenn ihr denn welche habt. Ich lade euch hier ein, unten in den Kommentaren Fragen zu stellen, zu welchem Thema auch immer. Das kann Pilze sein, Pflanzen sein, Ernährung sein oder Tesla und Elektromobilität, ganz egal. Ich werde mir Mühe geben, hier meine Sichtweise oder meine Antwort euch zu präsentieren. Ich werde hier die Fragen sammeln und wenn genügend zusammengekommen sind, können wir ja mal eine Fragen-und-Antworten-Runde machen. Na dann los, ab mit euren Fragen in die Kommentare.